also moin jungs willkommen zur zweiten folge ich glaube mein mikrofon ist bisschen laut noch mal so willkommen zur zweiten folge jlm ja jlm ist richtig das name jlm da haben gerade schon mal eine aufgenommen da hat mir die audio zerschossen ich weiß auch nicht also ich habe wahrscheinlich was falsch eingestellt hat mir nicht die audio zerschossen immer diese technik heutzutage was hier wo ist ja die kiste im ersten modul ich check das modul muss da nach vorne mussten richtung gelber blog ja ich hoffe euch an die letzte folge gefallen speed berg war überragend bei dir ja auch noch eigentlich ganz gut kann man sich nicht beschweren dafür dass mehr aufrufe und von mir so viel aufrufe obwohl ich seit zehn monaten war das letzte video her was ne man es zu mal ankündigung kommt nach vorne nach junge ich bin zu schissen auf jeden fall habe ich habe ich gerade letzte runde übelst verkackt bin nur bis zum zweiten modul gekommen war es ganz gut oder du warst acht jetzt läuft ja weil ich das modul absolut verwirrt und abfuckt also ich bin runtergefallen jetzt bin ich auch beim fett und die kiste der allergrößte logo müssen also themen ausdenken über die wir reden können politische situation oder so politisch und da halt irgendwie so inflation oder so stell dir vor einfach bitte den namen jetzt zensieren ja damit wir das letzte mal unseren guten kollegen auch nicht zensiert so habe ich nein hast du nicht so habe ich also da habe ich irgendwie was anderes gehört kann es sein dass die roda da hochgeladen hat äh ne habe ich nicht äh ich habe auch das ist zensiert das haben wir rausgeschnitten nein nein ich habe es gesehen in deinem video nein das ist nicht mehr drin ich glaube du musst deinen cutter feuern ich glaube auch der nachname ist noch drin aber nicht sehr cool der name also ähm was wollte ich jetzt sagen ja so inflationsjump league am mittwoch wäre doch nice in inflation ja reden wir dann ein bisschen über den dax und was auch gerade an der börse so abgeht äh würde ich feiern was für was welche aktien mir so empfehlen werden ja ja also meine 5 euro die ich in bitcoin investiert habe wenn jetzt reicht ich hast du? nein habe ich nicht leider nicht ach so ich weiß nicht genau ob du hast wirklich 5 euro in bitcoin investiert ne leider nicht ja auf jeden fall demnächst kommt auch mal hg live kommen äh habe jetzt angefangen bisschen zu spielen oder oder und äh lief eigentlich ganz gut ich habe glaube ich heute eine 5 kills runde bei 10 spielern oder so ja du bist halt auch einfach eine legende ja eigentlich bin ich übelst scheiße und die leute dann erzählen uns halt vor ehrfurcht ja sowas für echt junge die blätter ich stoße einfach da mit dem kopf hin weil er zu dick ist wenn ich wenn ich gegen norris gefeiert habe habe ich so geschakt junge dass ich da überhaupt noch eine super getroffen habe war es schon sehr wild hätte hätte die kiste in dem baum modul ist ich komme da noch nicht weiter ich stecke im baum fest echt? aaaaaaah ich weiß nicht wo ich hier hinspringen soll ah cool wir sind nur noch sechs leute ne hier dann haben wir vielleicht sogar gewinn chancen nein junge also wenn ich so weiterspringen net hast du zwei steinschwerter ne ne ich hab nicht mal eins ja sei weil ich einfach da nicht weiter komme und der eine ist schon wieder bei 95 das ist so frech ne wenigstens sind wir nicht letzter ey ich ich werde hier ein bisschen weg das ist eine kleine die kleine ob ich nen fetten kopf man min ist es eigentlich mit irgendeinem pvp client ja eher mit wolf ford am hack client ach so ja den habe ich auch immer drin das habe ich mir gedacht das ist mein lieblings client ja hattest du den jetzt sogar mal ja ne das war der den du mal hatte wo du mal auf die mona gegen mich betitelt hast du alles denn einfach gebannt merkst du wollen lol ich hatte nur mal den wombo client das war so ein ghost client für die 1 zu ich bin ich zeltet aber nicht sauer habe ich auch noch aus dem baum raus und ich komme noch nicht raus ich auch nicht man ich lege schon mal meine klamotten an das will ja nix mehr mach ich auch voll gold wenigstens ich hab kein helm scheiße ich habe keine zwei helme ach ich möchte doch nur aus dem baum raus kommen vorhin lief bei dir viel besser und bei mir halt viel schlechter sonst wie gesagt wenn euch das folge gefällt lasst ein like da also ich werde hier ein bisschen wild in gedenken an kranführer ronnie langsam ein bisschen wild hier jetzt reicht es mir langsam ach man bin ich es findet so hart rein der baum ist doch bitte kiefer vibriert finnisch doch bitte der andere ist teil im magen junge man ich komme nicht um die ecke weil ich fett bin und ich hasse es der baum der baum ah wie soll ich wie soll ich denn das da schaffen der baum fügt mir schmerzen zu nein oh gott junge ich hoffe die audio passt jetzt ey ich ticke hier sonst aus wenn die audio nicht passt man bringt mich der scheiß stein auf junge 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 das ist gleich meine maus auf den tisch ja ich das ist die richtige worte mein arm tut richtig weh weil die ganze zeit ist gleich ein movement man bin ich aber wo bist du welche farbe sind wir blue blau blau Es ist dort leicht ją runter kommt der saft bis waren attorney da kann ich nichts nach阿 kaal gestirrt wollen auch noch Bei 2 Herzen bin ich sauer. Nein! Ich hab den Land geholt, der hat höchstens 1 Herzen, der Erste. Ich hab dem übelst Kombo gedrückt. Also richtig Kombo. Das steht im Chat, wie viele Herzen da noch haben. Nein, 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 ich wurde von dem anderen abgestopft. Ja, ich hab den Ersten. Hast du? Aha, fuck. Hab ich da auch von 2 noch? Nice, nice. Oh, fuck. Bin ganz so anders gespawnt. Faltest du, ne? Ne. Ok, rot. Jetzt faltest du, oder? Ja, bin tot. Ach, der Türküse, der Türküse, Junge. Was? Ich bin bei dir. Ach, keine Ahnung, ich bin einfach... Gehirn tot. Ich hab Türküse statt Türkise gesagt. Türküse. Das ist dein Lieblingsfahrer, Türküse. Türküse. Ich find Türküse stiert mir. Oh, wir werden von hinten gepusht. Vorsicht, TNT. Fuck, ich bin tot. Ich hab geblocken mal. Oh, ich hab ihn, ich bin so... Du bist ein Tier. Der andere hat... Und du darfst noch genug leben. Die feiten den aber, die roten. Du kannst ja halt abstauben. Ja, staub ab. Der linke rote ist low, ne? Der... Ja, der ist auch low. Den hast du. Bist ein Tier. Ja, schade. Der war noch full life. Was für low. Nein, der hat den anderen die ganze Zeit gefightet. Und auch mit TNT gesprengt. Ich geb ihm so viele Lids. Er hat einfach... 4,5 Fans verloren. Also, Jungs. Äh... Bis... Oh, G-Schreiben für die 30 Coins. Äh... Der Türküse hat gewonnen. Bis nächste Woche. Schaut beim Dosen vorbei. Der hat Hauber gemacht. Da gibt's auch eine... Äh... Aggressiv arschgeilte Folge Jump League die Tage. Also, Mittwoch. Wie halt bei mir auch. Wahrscheinlich um dieselbe... Arschgeil immer. Um dieselbe Uhrzeit. Und... Jetzt ein Like da, Jungs. Nächste Woche gibt's ASMR-Folge. Und der Abo wär auch cool. Macht Werbung für mich. Schickt mich in die Klassengruppe. Ab 10 Likes. Ja. Schickt mich in eure Klassengruppe. Sagt, da ist so ein Typ, der braucht dringend Abonnenten. Sonst kann er seine Familie nicht ernähren. Jo, haut rein.